Ja, das Problem ist, ich brauche auch Munition. Ich bleib mal bei jeder Waffe, wegen viel Munition. Oh, oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass wir hier sind. Ja, der war daneben. Wär auch zu schön gewesen, ne? Scheiße! So. Wir finden das alles frei. Ich glaube, wir müssen da drüber. Wir gucken erstmal, ob hier noch irgendwas Feines ist. Nö, das ist Zigarren. Ja, das sind Zigarren. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Hey, ihr beide. Ich brauche einen hier und den anderen rechts. Nellosh, Beeilung! Sentinel-3, ich brauche Luftunterstützung. Wir nähern uns Ihrer Position zur Galahad. Bestätigt. Ich weiß, dass sie hinten. Hallo? Ja. Auf den habe ich gewartet. Ich kann mich an diesen Schritt ziemlich gut erinnern, weil ich hier zwei, drei Trophäen geholt habe. Schieß doch! Was ist dein Problem? Okay, hier ist nichts mehr. Okay. Okay. Der war ja eben, der war ja wohl mal getroffen. Ah, Munition. Gerne. Wow! Verdammt! Von wo? Ach, da bist du. Schön ins Bein! Wie war's das jetzt? Wir sind alle tot. Nehmen wir mit. Munition. Oh! Oben rechts steht noch einer. Okay. Die Rebellen ziehen sich zurück. Die Armee ist unterwegs. Sie werden die Bedrohung einbremsen. Dickes Ding. Schuss auf die Armee. Das ist mein Kampf. Mhm. Und da geht der Hecht. Der ist ja voll am Tag, der nackt, der ist auf das Haus. Da steht's. Da oben steht noch einer. Ich weiß sogar. Was ist mit mir? Da unten steht auch noch einer. Und dann sehen wir noch eine. Habe ich dabei? Ich hüte nur noch einen. Ich hab auch nur noch einen. Habe ich dabei? Ah, doch nicht beide, nur den einen. Ich bin ja sehr froh, dass sie hier nicht hochkommen können. Wo? Ah, da! Was? Noch einer? Ah, du... Was ist los mit dir, ey? Ah, da kommt noch einer. Zwei. Hauptsache einfach mal runterschmeißen, ne? Wo ist die indische Frau? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Sag's mir! Wo ist sie? 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 Wirtschaft, ein Drink. Ein Drink, verdammt nochmal! Absinth. 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 Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen, nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen privateren Ort. Gehen wir an, Herr Rani. Sie möchten Ihren Freund Mallory rächen. Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Den Männern, denen sie dienen. Der Orden der Ritter dient niemandem. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der Allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen Sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin! Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam! Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein! Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Tod, Ritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaboratöre. Und Sie erwarten von uns? Einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt Ihre Geheimnisse. Selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse. Ich hab keine Zeit für Spielchen! Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Ihre Antworten liegen auf den Docks der Kompanie in der Blackwall Werft. Beeilen wir uns. Besser Sie haben Recht. Um Ihretwillen. Die unterirdischen Tunnel führen zur Blackwall Werft. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des Vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Ihnen ist unschuldig. Und trotzdem. Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden. Die Osten wird durchbrechen. Der Ouster Wifen. Ray, was für ein Spiel spielst du? Ich habe es für ein Spiel spielst du? Das kann nicht sein. Ich habe es für ein Spiel spielst du? Ich habe es für ein Spiel spielst du? Das war der Zeitpunkt, an dem ich die hasse. Am Anfang fand ich sie noch ganz cool. Ich hasse sie. Gut, aber wir machen hier Schluss. Und wir sehen uns dann in den whatever-Abbau-Gebieten, keine Ahnung, Untergrund, Bergwerk, wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis dann. Tschüss!